ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge kommen sie zwei mit mir den sevetalets player wir fahren heute die linie 621 auf berlin brt mit einem c2 euro 6 und dem alten dashboard also c2 le euro 6 und dem alten der sport hahaha ja wir fahren von rollsdorf nach steltau stadt die fahrzeit beträgt hier ungefähr 20 minuten vorbereitet ist schon mal alles wie ihr seht alt ist der sport der sport muss sich noch verstellen das habe ich nämlich nicht getan so sollte das doch passen lassen wir mal so das machen wir rein wir drücken hier noch mal tausend mal ok heizen weiß ich nicht ob wir heizen müssen c2 heizen aber denn hier im zweiten bildschirm eine tatsache ja vorbereitet ist schon alles in sechs minuten sollte es hier losgehen wir gucken noch mal auf den fahrplan ja wie ich gesagt habe ungefähr 20 minuten mühlenberg straße schenkendorf weg prima straße ist auch dabei so ja wir starten schon mal den motor würde ich sagen schalten hier das licht ein fahrgast licht machen wir ein bisschen an ist das denn hier voll beleuchtung anscheinend und stellen mal die zeit ein bisschen vor ich weiß gar nicht wie oft ich jetzt geklickt habe guck mal eine minute noch zum storten zf haben wir hier ein bisschen bremspedal hier durch legen wir den gang ein lösen die feststellbremse und ihn mal vor denn wir müssen hier noch drehen dieses klack wie ich es vermisse oder vermisst habe dieses tüfe regeln regeln so da ist alles frei das taxi hat eh noch ein bisschen zeit und dann können sie einsteigen kommen sie hin können sie raus gucken hallo moin da mache ich mir mal ein energy so guti dann können wir auch schon abfahren gibt ja auch schön warschein verkauf ist mal klar an und dann hier bin 30 er tütet immer noch hin muss ich ihn wollte gerade eben die linie 500 er sek 226 fahren beziehungsweise 25 und ja ich weiß nicht wo ich da lang fahren muss omsi navigation hat mal wieder was ganz anderes angezeigt aber schöne ist ja so eine ring linie eigentlich kommt keiner wenn mich wusste halt wirklich nicht wo ich lang fahren soll war ganz spektakulär deswegen eigentlich wäre jetzt hier eine folge mit dem car gekommen aber das wollte um sie nicht so moin moin 57 hier abfahren weiß nicht warum der drucker dann noch 30 sekunden anzeigt keine ahnung der hat schöne sound der hat irgendwie schöne sound sind die eigentlich immer noch 30 bin mir nicht sicher ich denke aber mal nicht ruft sich schätzungsweise ich finde das alte der sport irgendwie schön ich weiß nicht viele mögen das step 3 der sport ja er aber ich finde das hier schon schön heizen müssen wir ein bisschen gleich mal wann haben wir in der abwart 59 oder nahmen wir noch eine minute gleich das ist hier die haltestelle da fahren wir lieber mal zur nächsten weiter mit einem links stehen zu bleiben und dann mal kurz was da umzustellen ist auch nicht schön so hoteltau das ist auch eine schöne linie weil ein bisschen außerhalb von berlin ne isa straße süd dieser straße süd ups das tut mir leid dieser straße süd 59 einmal kurzstrecke kriegen wir hin 1,40 ah ne ist falsch äh kurzstrecke hat er doch gesagt ich wollte eigentlich eine fahrkarte 1,90 tut mir leid gibt es drei zurück und dann müssen wir jetzt einmal hier kurz den hier anmachen machen wir uns auch ein bisschen an hier schön zur front ups falsche taste und weiter geht's so nochmal passt doch alles genau abfahrt das ist schön so genau zur abfahrt abfahrt bremer straße die bremer straße die bremer straße 13 uhr abfahrt da passt alles ja die objekte gefallen mir hier sehr gut muss ich sagen das ist ja hier schon die bremer straße ja würdest du mal bremsen gut ich habe die bremse doch vorhin durchgetreten ja das ist ein bisschen komisch Jutentag so D2 heizen war klar dass du jetzt fährst weil ich mal kurz nach links geblinkt habe aber gut wie man auch sie kennt wie man auch sie kennt so next stop gesundheits äh so ganz entspannte runde hier der bus lässt sich auch gut fahren schöne sounds schön schön aber wir werden glaube ich mal in der nächsten folge irgendwie den bus wechseln denke ich schreibt es mir gerne in die kommentare na um sie schläfste mal wieder oder wat man kenntet man kenntet man kenntet man kenntet so 30 ist hier du katastrophe du ahnst es nicht so wie müssen wir denn hier fahren bestimmt geradeaus muss ich mal eben kurz hier hieß der hört auch gut ja tut mir leid ups die 21 FIFA nee äh wo müssen wir denn jetzt hier lang direkt oder ja ich glaube wir müssen rechts rum oh oh gut ups wolltest du hier noch aussteigen weil die wartestraße ist ja rechts ja also fahren wir rechts so große kreuzung dauert hier mal wieder schön schön wie sitzt du denn da was denn mit dir los naja als würde da noch jemand sitzen du sitzt nur Kinder hier drinnen oder wat jetzt naja schulbus mäßig oder wat oder wie so wartestraße haben wir 5 nach erst abfahrt ok gesundheitszentrum ja gut haben wir 4 nach erst abfahrt ok 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 ja egal das passt ja alles haben wir hier noch ein bisschen Zeit anscheinend ich glaube wir müssen hinter dem dd halten und ja hier ist so viel los ich will mich jetzt hier auch ungern vordrängeln aber was soll ich machen sonst haben wir die ganzen KI-Busse hinter uns ja das war klar du und der dd auch tatsache ne der hält da ne der hält da ja die müssten ein bisschen hierher laufen tut mir leid gut auch doch nicht dann fahre ich noch ein Stück ran so so läuft die denn jetzt hierher oder nicht soll ich hier nochmal zurück ah jetzt kommt hier jetzt kommt hier jetzt kommt hier jetzt kommt hier auf einmal wo ich hier rumkutsche hier oh um sie wie man es liebt und lebt so hallo wieso sagt er jetzt eine Minute schon Verspätung oh ich stehe ein bisschen im dd drin oh 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 ohdrop man 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 kapastrophe he he hee katastrophe jetzt kannst du kein erzählen, was gerade passiert ist hat ich vergessen zurück zu lenken passiert so du willst da rechts rein Du willst bestimmt angeschoben werden. So, Wartestraße waren wir ja jetzt schon. Hat Omzi jetzt hier nicht weitergeschalten? Der ist schon wo ganz anders. Omzi. Havelstraße. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, das kriegen wir hin. Kurzstrecke Regeltarim. Bitteschön. Ja, ich glaube Omzi hat es falsch verstanden. Omzi schaltet nicht weiter. Der denkt, wir fahren eine andere Route. Schade. Naja, kriegen wir halt Verspätung. Können wir nichts machen. Ist Omzi... Oh, Katastrophe. Was bremst der denn hier? Ist das Fahrschule vor uns oder was? Mann, 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 Mann. Bruder hat, äh, Omzi recht. Wir fahren auch noch eine ganz andere. Ja. Ja, Omzi hat Unrecht. Naja. Müssen wir uns nix bei denken. Wir fahren nach den Abfahrtzeiten vom Doga. Wir haben jetzt zwar schon eine Minute, zwei Minuten Verspätung, aber gut. So ist das manchmal. So ist das. So. C2 heizen. Jan-Straße. 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 Ja, ich glaube, das hängt jetzt hier von Omzi so ein bisschen ab, weil Omzi nicht weiterkommt. Wann sollen wir denn hier sein? Zehn nache erst. Zehn nach sollen wir erst Jan-Straße sein. Oh, Omzi echt, ey. Omzi scheißt mal wieder richtig rein hier. So. Weil wir fahren hier wohl einen Dreckbus. So. Ah, das passt nicht so ganz hier. Das passt nicht so ganz. Jetzt wurde ich geblitzt mit 40. HVV. HVV. So. 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 I'm in Battlefort. Was? So. Ich fahre gerade auf die rechte Spur, aber das müssen wir ja gar nicht. Das müssen wir ja gar nicht. So, Burgtreff. Äh, Bürgtreff, Burgtreff, Bürgertreff. S-Bahnhof, Teltow statt. Nein, da sind wir noch nicht. Noch sind wir hier beim Bürgertreff. Wann haben wir denn hier abfahrt? Bürgertreff. Zwölf nach. Guck mal, eine Minute Verspätung. Ja, mein Gott. Ne. Lauter um sich schon 10 Minuten. So. Oh, letzte Haltestelle. Da kommt keiner. Boah, der rüber ist, sind wir rüber. 30er Zone mal wieder. Höhen. Das ist, muss ich sagen, eine schöne Linie, wäre das jetzt eben nicht, äh, wäre das jetzt eben nicht passiert. So, 0 Fahrgäste. S-Bahnhof, Teltow statt, Gonfrey-Wilstraße. Da kommt noch wer. Jetzt. So, Terminus. S-Bahnhof, Teltow statt, Gonfrey-Wilstraße. Ne, da waren wir schon. Ah, ne, stopp. Heute, ich weiß nicht, was mit mir los ist heute. Wir hätten ja hier auch reingemusst. Äh. So. Jetzt pass auf, wir müssen hier nämlich rein. So. Mann, 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 Mann. So. Einmal kurz heizen hier. Du stichst hier in der Klau, ne? So. So. Dann Gang raus. Motor raus. Feststellbremse rein. Ähm. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Dieser Folge. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ist es na klar. Wie immer euch überlassen. Falls ihr nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos. So wie auch ein Google-Konto. Und somit. Hau rein. Bleibt ja geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.